Hi Leute. Hey Mann, wir müssen voll leise sein, weil Joko ist gerade nicht in seinem Zimmer. Aber gleich verstecke ich mich da irgendwo in der Ecke und dann legt er sich ins Bett und pennt ein und dann mache ich den fertig. Ich habe mir nämlich was ausgedacht. Ich habe herausgefunden, dass wenn man ein ganz normales Bettlaken nimmt und da zwei Löcher reinschneidet, sieht man haargenau aus wie ein Geist. Und wenn ich den nachts erschrecke, dann wird der verrückt. Das ist krass, oder? Wer will so eine Angst haben, ey? Aber wo verstecke ich mich denn jetzt? Ah, hier in der Ecke am besten. Oh, 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 oh. Ah, ich bin doch nur klein! Oh, 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 oh. Ich will, nein! Oh! Oh! Wenn ihr noch mehr Videos von Circus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier oder hier. Sabine? Raus. Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau ab, bitte. Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Bewegt dich nicht. Dann machen wir es auf. Dann machen wir es auf.